In einem Livestream Ich kann die Taiko und die Pax raun Ich hab Bock zu euch zu kennen Ich will nicht, dass mein Internet ausgeht Leute, bitte meckert jetzt Ich würde das Match verlassen Leute, bitte meckert jetzt nicht rum, ich streame Okay So, wir sind live, Freunde Wir gucken mal den Live-Chat eben kurz Mit wem bin ich im Team Mit gar keinem, wir machen einfach mal Spiel wie so ein Alphamol zu gucken, was passiert Und Leute, das Thumbnail kann ich wahrscheinlich erst später machen, weil Ach, Marek Majos LP, was geht? Hi, du hast sogar das Profilbild von Dürker LP geklaut So, wechseln wir das Team, oder? Wir springen jetzt einfach mal Das Thumbnail, wie gesagt, mache ich dann einfach später, weil Jetzt kann ich es gerade nicht machen, weil der Laptop muss erstmal dafür geladen werden Und wenn er geladen ist, dann mache ich dann das Thumbnail, ne? Ist das Spielwiese? Ja, das ist das Spielwiese Warum hat das 3 Stunden? Ich wechsle das Team 4 In Ernst? Du wechsle das Team, ich gehe nach Pleasant Park Und ich gehe schön erstmal nach Gut Nacht Ey Leute Ich muss es so lachen, Alter Ich weiß es, Mann Eiko will mich nur ärgern Leck nicht, nein Ich lache, Mann Nicht lachen, Eiko Sonst muss ich auch lachen Sie auch lachen, genau Genau Ich muss ja der alten Zeit, der in der Team wollte So, Leute, wo soll ich jetzt reingehen, beispielsweise Also in welchen Ist egal Das hier die Pleasant Park Ich bin in Sunny Steps 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 Sieht so neu aus hier Fünf neue Fallen Einfach mal ein bisschen verarschen, weil ich hier, ne? So, Leute Spikes Jaaa Ich bin in Sunny Steps So neu aus hier Sind Ja, wir sind noch live, ne? Nein Ich lass mich nicht so leicht verarschen Weiß was sie gesagt hat? Nacht, äh, Nacht bis morgen Was hat sie gesagt hat? Verarschen Weiß was sie gesagt hat? Nacht, äh, Nacht bis morgen Ah ja, Heiko Du meinst mich irgendwie nervös Timo, was soll denn das jetzt hier? Ich komm keiner Pässe Ja, dann mach halt Ist mir doch egal Soll ich dir mal was ganz ehrlich mal sagen? Leckt mich Was war Was war Hitten Leut Leut Ich wundere Warum, Mann Warum hier ein paar Probleme beim Stream sind? Hört man mich laut und deutlich eigentlich? Jaa Und bei mir auch Ja Ja So, wir sind Wir können jetzt auch Live auch starten Oh, face baby Jaa So, eigentlich müssen wir mich jetzt auch gut hören Ach, ich freue mich mit euch ehrlich wieder live zu sein Äh, wir waren wirklich so lange nicht mehr live auf YouTube Oder ich hab einfach so gut Ich hab einfach gar kein Video mehr hochgeladen Und da ich heute leider keine Zeit für ein Video hatte Da hab ich mir gedacht, wir machen einfach eins Nee, 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 eher so eine Ausrede, weil er keinen Bock hatte auf euch Na, oh Mann, Junge, Timo, hör mal auf Ich bin nicht, ich bin so, Leute, ich bin nicht so frech zu euch Und außerdem, ich kann den Timo auch gleich stummen Weil Ja, er ist frech zu meinen Fans Das geht so gar nicht Ey, du bist doch frech, du hast ja gar kein Video mehr gemacht Ja, und du hast gesagt, ja, Timo hatte nur keinen Bock mehr ein Video zu drehen auf euch Du meintest du Ja, er wollte eigentlich Schluss machen, aber nur gegen die Nee, guck mal, Leute, ist es wirklich so Ich konnte total einfach keine Videos machen, weil Ich hatte viel vor Nein Viel vor Mit seiner Freundin ist Eicht bescheid Man, Leute, gleich verlasse ich die Runde und hab keinen Bock mehr, das wird langsam Jetzt spielt bitte nochmal Na, das wär ein bisschen korrekt Was? Ich will nur Spaß haben Aber er denkt, er weiß nicht, was Spaß mit Leuten Hallo, 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 hallo Also Ich will nicht frech sein, aber Ich mag das nicht, wenn man so Eigenwerbung macht, ne, das ist Na Aber morgen wär ich nochmal vielleicht so ein kleines Oster-Special-Video nochmal rausbringen, wenn ich's überhaupt schaffe Aber wenn ich's schaffen sollte, dann mach ich's Das war nur Glück, mein Lieber Ach ja, Pivo Ihr könnt euch schon mal auf morgen freuen Ach ja, Pivo Junge, chill dein Leben Was ist? Du hast geschrieben Ja, was ist? Du hast geschrieben Ja, was ist? So, wir Ich bin Spielwiese wenn ihr mal gegen spielen wollt dann leute könnt ihr ein bisschen leiser mal sein das ist viel zu laut schreibt mal in dem live chat ist ob das auch zu laut ist mit den andern ja gut ich merke mich wir sind keine freunde doch wir sind freunde timo wow holy shit was leute wir haben die teams noch nicht gewechselt das ist das ding schreibt ihr wechselt ihr schrei beim mikro a warum soll ich auch schreien beim also ich weiß aber warum soll ich ins mikro schreien das tut doch in den ohren weh für andere ich habe schon mal heute neun song gemacht fürs nächste mal weil ich habe mir überlegt dass ich bald neues musik wie ausbringen will junge ich bin ich bin ich so wie du timo und macht copywide timon lp ja was ist eine frage an mich man heiko du wirst nicht gemeint ich meinte marik solange ich hier gerade auch nicht spannenderes machen fordert könnt ihr mir fragen stellen nicht quatschen bis mit euch ich grüße dich grüße gehen raus an annie benny ich schätze du bist auf jeden fall neu steckt neuer entendu greenila grüße ich nicht freut mich dich schön können sind kennengelernt zu вас Kannst nachher mal mitspielen, falls du auch Fortnite haben solltest. Ich bin müde. Ich bin müde. Okay, danke schön dafür. Ah, hallo. Bei mir läuft es ja anscheinend richtig. Bei mir läuft nur Bratan. Du bist auch nicht da. Ach quatsch, wir brauchen auch kein Schild. Oh yeah. Leute, ich habe es heute endlich. Also ich weiß, einige haben das bestimmt schon längst geschafft. Aber ich freue mich, dass ich jetzt den Wehrwolf schon endlich fertig habe. Weil ich liebe einfach das Ende von dem Wehrwolf. Der hat dann irgendwie so welche... Wie sieht das noch aus? Der hat so rote Lava oben. Also ich feier das einfach. Ja, richtig entspannt. Die Kiste. Ja. Lecker, ne? Das ist man. Lecker. Gut. Dann lassen wir erstmal runter. Ja, ja. Das sieht doch stabil. Ja, das sieht gut aus. Zack. Nehmen wir das mit. Ne normales Gar. Haben wir schon bereits. Ich glaube, jetzt sollten wir alles haben. 24 Stunden live. Wann saufst du auf meinen Kanal? Ich war so kleiner Spack. Ach du wann saust... Ach du wann ich auf deinen Kanal sa... Sau... Sau... Mach ich auch. Sau... Ich guck nur. Ich... Ich erkunde alles was... Was so lieb's. Leute... Ähm... Ich wollte gern ein bisschen länger streamen, aber... Ach Timo, was machst du denn da? Wenn ihr noch eben noch eine Frage an mich habt, dann... Stellt die jetzt, denn ich muss jetzt leider aufhören zu streamen, weil... Ich muss jetzt eben wohin... Um Mitternacht, das ist nämlich... Wirklich wichtig... Und... Ach Timo, du weißt doch ganz genau, dass ich doch immer im Plan B habe. Also ich habe jetzt nicht den Stream zum Spaß gemacht, sondern ich habe einfach den Stream kurz gemacht, weil ich euch ein paar Fragen stellen wollte oder mit euch quatschen wollte... Und... Und... Dann... Das ist ein Hologam, achso... Kann ich schon mal sagen... Morgen kommt noch ein Stream... Dann... Tschau... Sehen wir uns morgen... Ich weiß nicht welche Uhrzeit denn... Ach Timo... Ich werde ein bisschen die Nacht durchmachen und... Und... Deswegen kann ich die Uhrzeit nicht genau sagen, aber... Dann haut rein, ich wünsche euch noch was... Ich wünsche euch einen... Schönen Tag... Schönen Tag... Wir haben es halt wieder schon den nächsten Tag... Ich... Ich weiß... Egal... Aber ich will... Nicht aufgehen... Florenkiller... Ja, Entschuldigung... Ich kann das nicht ändern... Wenn ich einen wichtigen Termin habe... Kann ich auch nicht hier on bleiben... Das ist... Alle beschweren sich bei dir... Beim Zahnarzt, Autobäden, was auch immer... Ich habe YouTube mal die... Ton an... Hi... Hey... Timo... Ihr nennt sich einer Ton an... Wer? Ton... Nein... Hier nennt sich einer Ton an... Timo... Wir müssen los... Ja... Ja... Äh... So Leute... Ich weiß... Dass ich eigentlich nicht aufgehen soll... Aber... Du bist es... Ich liebe dieses... Wenn euch der Stream gefallen hat... Dann... Gebt das Video einen Daumen hoch... Dann sehen wir uns morgen... Und ich wünsche euch frohe Ostern... Ton an... Hohe auf... Hä? Man hört mich doch... Ich weiß... Deswegen mache ich auch den ganzen Scheiß... Hallo? Kann man mich etwa nicht hören? So Leute... Ich weiß... Dass ich eigentlich nicht aufgehen... Was wärst du von mir? Was wärst du von mir? Mit... Meiner Zuschauer zu reden... Ah... Das ist doch... Das ist nett von dir... Freut mich... Ich küsse deinen Augen... Dann wünsche ich... Tschüss... Genau... Ciao... Ich wünsche euch frohe Ostern... Wir dürften kurz... Wir dürften... Und dann... Bis morgen... Also... Bis heute... Wir haben ja schon fast den nächsten Tag... Frohe Ostern... Sucht schön Eier... Oder was auch immer ihr vorhabt... Und... Ich bin kein Kaffteinsinn... Und... Ciao... Das war's dann erstmal... Das... 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 Das...